Ich bin der Raffi, ich bin Fotograf und gerade auf Inspirationsweise in Stuttgart. Das Beste an meinem Beruf ist auf jeden Fall, dass ich so viel rumkomme, dass ich so viel erlebe, dass ich rauskomme und die Welt sehe. Für mich macht ein gutes Foto aus, dass es nicht nur ein Bild ist, sondern dass auch eine Story dahinter steckt. Ich stehe sehr auf Urban Photography, Architektur. Deswegen glaube ich, ist Stuttgart ein sehr cooler Platz, da ein bisschen rumzuschauen. Ich habe zum Fotografieren begonnen, weil ich Urban Explorer bin. Für mich ist ein Urban Explorer theoretisch einfach ein Stadterkunder. Das heißt, man schaut sich die Stadt aus einem anderen Blickwinkel an. Das heißt, von oben, von unten, einfach eine andere Perspektive suchen und finden. Der coolste Spot am Mercedes-Benz Museum war meines Erachtens die Eingangshalle. Es ist einfach ein sehr offener, riesiger Raum. Man fühlt sich sehr klein, wenn man da reingeht. Es ist einfach ein sehr imposantes Gebäude, sehr facettenreich, sehr interessant anzusehen. In der Stadtbibliothek zu fotografieren war sehr, sehr inspirierend für mich, weil es einfach so eine einzigartige Atmosphäre drinnen gibt. Ich hätte dort Stunden verbringen können. Da kann man sich echt richtig austoben. Bei der Grabkapelle war es für mich sehr, sehr cool, einfach mal ein bisschen die Stadt aus einem anderen Winkel zu sehen. Nicht direkt in der Stadt zu sein, sondern eher auf die Stadt runter zu blicken, sozusagen. Ich fand es sehr kitschig und schön, inmitten von den Weinbergen zu stehen und den Sonnenuntergang anzuschauen. Wenn man ein kreativer Mensch ist, ist es immer sehr gefährlich, wenn du sozusagen einen Alltag hast. Wenn du unterwegs bist, wenn du reist, wenn du sehr viele neue Eindrücke hast, sehr viel Neues siehst, dann holst du dir auch viel leichte Inspiration für neue Werke, Arbeiten. Stuttgart hat mich auf eine sehr spezielle Art und Weise inspiriert, glaube ich. Es ist eine interessante Stadt mit einem sehr eigenen Charakter. Also grundsätzlich bin ich eigentlich schon zufrieden, wenn ich von einem Fototrip mit einem brauchbaren Foto zurückkomme. In Stuttgart sind es jetzt, glaube ich, fast fünf. Also ich bin sehr zufrieden.